Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns in Dark Souls 3. Ich habe das Spiel zwar beendet, aber noch nicht alle Bosse besiegt. Deswegen geht's hier heute mit ein klein wenig Unterstützung weiter, damit ich die Bosse auch finde. Aha. Ich will aber leveln. Danke. So. Ich hatte immer Ausdauerprobleme. Let's go. Ja? Nee? Okay. Also. Wir machen das jetzt hier ein bisschen mit Hilfe. Und Chaps meinte... Habe ich noch Knochensplitter? Nein. Wir haben schon drüber gesprochen, wo es hingehen sollte. Genau. Tänzerin. Das war hier vorne. Da. Da kommen nochmal die Info aus dem Chat. Perfekt. Dankeschön, Julius. An dieser Stelle, dass das auch nochmal für YouTube klar ist, wo es jetzt hingeht. Okay. Tänzerin. Leiter hoch. Und direkt links durch den Garten. Hier. Oh, ja. Hier bin ich... Nicht hier schon gewesen? Nee, hier war ich noch gar nicht. Was ist das? Ken, grüß dich. Hi. Drei Stunden Uptime. Ja, richtig. Elden Ring vorher. Genau. Was schreit hier? Boah. Aua. Nein, stopp. Nein, stopp. Nicht, 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 nicht. Nein, nicht die Bombe. Nein. Ah, Hilfe. Ähm, da. Ja. Ist gut, ist gut. Nein. Aua. Nein, stopp. Hör auf. Nein, nicht verprügeln. Nein. Nein, nein. Okay. Hey. Ups. Nudeln vor dem Bildschirm. Zuschauen, wie er durchgenudelt wird. Okay, da geht's schon los. Das ist nicht der Boss, ja? Ja, ja. Komm mal. Ich probiere es halt gerade wieder, weil es in Elden nicht so gut geklappt hat, zu parieren. Aber es geht einfach nicht. Hahaha. Nice. Drei Stunden Elden Ring und schon zu weich für Dark Souls 3. Oh, Mann. Ach. Ich bin eh... Ne, machen wir es so. Scheiß auf parieren. Ja, der hat mich windelweich geprügelt. Richtig. Jetzt schon zweimal. Was? Na bitte. Geht doch. Hätte ich da raus müssen? Oh, nee. Die Dinger... Oh, ich krieg hier ja Gedöns. Oh, nee. Was soll das hier? Jetzt bin ich auch noch giftig. Noch so einer. Nee, warte. Machen wir nicht. Das Geräusch gefällt mir nicht. Ich wohne nicht. Er hat mich nicht. Gott lieb. Ja, man. Wie? Sicher? Entstehen wir nachdenken. Geh? Ja... Hmm... Okay... Nein! Ah... Der scheiß Aufzug ist ja unten! Ah... Oh man... Ich hätte vielleicht doch mit Dark Souls starten sollen... Ich hätte vielleicht doch mit Dark Souls starten sollen... Oh... 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 Ah... Ah... Lohnt sich's hier raus zu springen? Oh... Oh ja... Estus Scherbe... Cool... Oh... Und ein Titanit Brocken ist auch nice... Oh... 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 Wo... Geht's... Hier hin? Wahrscheinlich... Die Tür öffnen... Die Tür öffnen, die da oben zur Seite führt... Was ist das denn jetzt hier? Sollte ich da lang? Ne... Sollte ich da lang? Ist was... Ist unnötig, oder? Na... Na... Nochmal so ne Ebene zwischendrin... Du guckst nur zu und isst Nudeln... Ja, wow... Ist nicht so viel kürzer... Okay... Also einfach geradeaus hier durch, wa? Hilfe! Oh... Okay... Ist das nochmal der Götterfresser? Ist das nochmal der Götterfresser? Oh ne... Du machst irgendeinen Giftscheiß... Och nö... Ah... Ah... You ignorant slaves... Ah... Finally taken notice... Have you... Of the power... Of my beloved Ocelot... Child... Of dragons... Was? Well... I will not give him up... For he is all that I have... Oh... Du bist ein Zauberboy... Oh... Du bist ein Zauberboy... Oh... Why did they have gone? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Ocelot! Was passiert? 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 Was? Was passiert? Was? 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 Ich habe jetzt schon echt ganz schön viel Estus Gedöns. Gedöns. Nodachi, ein atemberaubendes. Gut. Reichtstein. Ah, was seid ihr denn? Aua. Stopp. Aufhören. Estus Aschering. Estus Asche war, glaube ich, für Flusenpunkte, ne? Äh, Estus Aschering, da. Ja, Estus Ascheflakon, genau. Peppichmagier. Oh, warum muss es denn hier so dunkel sein? Ja, kannst du machen. Ah, Hundis. Oh, hier sind noch ein Haufen Titanitbrocken, ne? Ey, Schnauze. Ja, das sieht hier auch aus wie das Startgebiet. Ich wollte es schon sagen. Das hier sieht aus wie das Startgebiet. Ja, genau. Die Oma, das hat irgendwer schon gesagt. Die kam, die, die hat, irgendwer kam in den Chat. Ich weiß nicht was. Thorsten sogar? Äh, und meinte, er hat sie bei seinem ersten Playthrough gekillt und die droppt was und die droppt ja diese... Ja. Ach, come on. Echt jetzt? Ah, nee, 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 nee. Ach, was ist denn das? Du bist doch eine Ratte. Oh, wie sowas... Diese dämlichen, roten Bastarde. Und jetzt muss hier noch ein anderer dazukommen. Voll unnötig. Aber jetzt hat sie sich geheilt. Nein. Na bitte, geht doch. Tutorial plus Sif 4 Kings spielen kannst. Einfach das Early Game überspringen. Ah, ja, 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 genau. Okay. Da hinten ist eine Fackel oder ein Leuchtfeuer. Eher eine Fackel. So, da das hier, das sieht exakt gleich aus wie's Anfangsgebiet. Vermute ich den Boss gleich verdammt, wie ich aber auch vergessen hab, wo die ganzen Gegner sitzen. Oder waren hier überhaupt keine beim Start? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß, dass hier unten was war. Verborgene Spannung? den Meister treffen. Den Meister treffen. Ey. Von überall. So, jetzt hab ich zu wenig Heilung. Für dich. Meister Gundier. Hi. Outschie. Outschie. Ha, ha, ha. Er kickt. Wow. 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 Kollege. Chill mal. Ey. Ey. Ey, 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 ey. Der Bruder chillt gar nicht. Ne, wirklich nicht. Äh, hier lang? Mein Gott, das ist voll der weite Weg. Gibt's irgendwo ein näheres Leuchtfeuer? Gibt's? Er will's aber auch wissen, ey. Ah, okay. Haha, dieser Kick nach hinten. Voll mies. Nein, zu früh geht es. Gerollt. Hm, nope. Ach, dieser Kick. Hahaha. Nee, warum sauf ich denn? Bin doch ein Depp. Uh. Hahaha. Das war's für heute. 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 Wo kommt er denn her? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Ooh. Okay. 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 What? What? Das war's für heute. Okay. Kaum ein Ton von der Glocke. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Oh. Oh. Okay. Okay. Warum gibt's. Das war's für heute. Okay. 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 Das machen wir. Okay. 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 Oh. Wait. Sie hat was anderes gesagt. Sie sagt was anderes. Ah. Und ich stehe das Feuer. Und ich stehe die Flamme zu dem Ende. Du hast mir Augen gegeben. Und so war es. Und sie hat mir gezeigt. Sehr gut. Dann mach Nuri. Ach 34.000 brauche ich. Ja. Okay. Schauen wir mal ganz kurz nochmal. Welche Waffen Wait LOL Wieso ist er tot? Okay, Moment, da gehen wir gleich hin Moment, Moment, Moment Ah, das ist passiert schon Ich hab den verbrannt, ja, verstehe Das ist quasi schon passiert Feuerband Großschwert Mondlicht Großschwert Cool Gundius Hellebarde Auch cool Kette des Gefangenen Gewährt LK Con Wird erhöht Erlittenen Schaden Was? Okay Ah ne, ich will's nehmen Ich will nehmen, was da liegt Gib mir das Was auch immer es ist Nein Schädelring Gegner entdecken Einen leichter Okay Moment, wir kommen gleich dazu Ich fress jetzt erstmal ein paar Sachen Seele der Fürsten Gottlose Hauptstadt Und von da aus sind wir geradeaus zurück zur Statue Reicht das für zweimal leveln? Nicht ganz, ne? Jetzt müsste es reichen Oh Jetzt hab ich wieder nicht zugehört Nur das Ende Naja Ähm Ah, doch Ich hab zu viel geschluckt Viel zu viel Naja Halb so blöd Sie hat die Voiceline gechanged Das ist Mega Nice Sie hat jetzt glaube ich Irgendwie eine andere Ansicht Von der ganzen Nummer Also Leute Jetzt können wir drüber sprechen Ähm Nein Nein Ihr wollt, dass ich von dort rückwärts lauf Hier, ne? Ich glaube Es war hier Lukas Grüß dich Hi Schön, dass ihr alle am Start seid Ey Ich komm gar nicht richtig hinterher mit Lesen, Leute Einfach heiraten Der Rest ist egal Oh Hier war ja was Muss ich die killen? Nein Was 14 Zuschauer Sag mir sowas doch nicht Einfach gerade durch Okay Let's go Das ist egal Das ist egal Wie mache ich Gesten? Alles vorkommen, ja man muss es echt nicht übertreiben, aber so hier gehe ich hier hin und jetzt viel Spaß, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen, ein bisschen grätseln lassen kann man mich ja schon. Ah, da mache ich Gesten. Aber ich kann, ah wechseln, okay. Anstoßen, Fahrt des Drachen. Das ist jetzt noch Hauptspiel, ja? Ja, okay. Nice. Oh, das sieht auch nett aus hier, das gefällt mir. Ich mag diese Schlucht, eine schöne Schlucht. Jungs, wir chillen kurz. Ich habe gesagt, wir chillen kurz. Ey, ah, ihr kleinen, dreckigen, vermummten Schlangenviecher. Wieso seid ihr so flink? Na bitte. Auf dem Level der Hassliebe. Das sieht voll geil aus hier, ne? Das ist stark. Äh, Leute, könnt ihr mal nicht... Vorrichtung bewegt sich nicht. Wer hätte es gedacht? Gibt's hier nicht ein... Ich will... Hallo? Klar kriege ich ein Heimatknochen. Und kein Leuchtfeuer. Aua. Aua. Kommt sie einfach von der Seite und sticht mir... ...den Dolch in die Nieren. Aua. 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 Ihr verdammten rattigen Schlangenwesen Ihr habt auch alle zu viel auf euer Smartphone geguckt in eurer Jugend, ey Blut läuft Aber so hochkant Beide DLCs gefunden? Ne, eins habe ich gefunden Da bin ich dann nicht weiter reingegangen, weil es mir schon so vorkam wie DLC Und bin dann Umgedreht Aha Aha Aua Du bist ja, ey Die Riesen-Axt, ey, die gefällt mir Die hätte ich gerne, kannst du mir die Kann ich die haben, bitte? Aua Voll eins auf die zwölf Okay Ich glaube nicht Ey Der kleine Wicht muss jetzt aber eigentlich nicht hinterherkommen So war das nicht gedacht Dass ich mich hier vor dem Großen verstecke und der Kleine einfach mitkommt Scheiße Nein Nein, 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 nein Ach, nö Ich bin mir nicht sicher, Leute, mit dem zweiten DLC Also ich habe halt das gefunden Bei dem der Typ mich Mich das Gemälde anfassen lässt Ein Stück des Gemäldes anfassen lässt Das habe ich gefunden Ich weiß nicht, ob das das erste oder zweite ist Keine Ahnung Guck mal, da wartet er Nicht runterschmeißen Ja, okay, hier ist Hier in der Sonne Hier ist es okay Ich weiß ja nicht, welches das zweite oder das erste ist Also wie gesagt Ich habe ihn ja Ich bin ja so richtig Ahnungslos Der mich durch die Gegend schleudert Jetzt komm mal her, du Danke Ich habe das erste gefunden Das zweite würde ich ohne euch finden Okay, ja, kann gut sein Weiß ich nicht Ach, wait Das ist das zweite, die Das ist Moment, was? Jetzt verwirrt mich nicht Nee, das ist Hauptspiel Habt ihr gesagt Ja, ja, okay Sorry, sorry Ah Entschuldigung Hatten wir ja vorhin drüber Nein 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 Nicht abfackeln Okay Sturzangriff Ey, was? Im Bossbereich sind kleine Mini-Gegners? Nee Glocke Hau die Glocke Ich will abgeholt werden Schule ist aus Mist Die beste Die beste tribe ist hier Ja Allerdings Hilfe Hilfe Mich hauen jetzt Ich muss mich hier erst umschauen Was ist das Glut Brau ich nicht Was ist das Glut Brau ich nicht Was ist das Seil Was? Seil Jauche Küchlein Ähm Gut Heiß 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 Nein Okay Was? Ich muss erst mal Erzdrachengipfel Moment Erzdrachengipfel Irgendwie so vielleicht Oder Erzdrachengipfel Der letzte Schrei Jawohl Hey Kann ich kurz bei dir chillen Oh da sind ja einige Äh was stand da Ich hab's nicht gelesen Lass mich kurz Kurzangriff Ja 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 Haben wir schon Haben wir verstanden Haben wir Lass mich Nein Hört auf Och Komm Dass da nochmal ein Schriftding ist Auf dem auch Sturzangriff steht Was ist Jauche am Seil Da Wirkt auch auf Nutzer Ja perfekt Geil Ziemlich sicher Kennen das stimme ich dir voll und ganz zu Schulkinder würden sich auf jeden Fall damit bewerfen Sturzangriff Von hier vielleicht Nee Eher nicht Geht's hier nach oben Oh das ist ja mies ey Hier sind lauter so Schlangenbiester Das ist eine Schweinerei Ihr seid dreckige Bastarde Hilfe Darf ich hier raus Nee ne Wer hätte es gedacht Aber hier hoch Kannst du mal Oh das ist Hier steht bestimmt auch noch zweimal Sturzangriff Das ist also das Level Ah nee Nee Jetzt Einer reicht Oh mein Gott Ich dachte ich muss da jetzt fünfmal hochlaufen ey Nice Okay Danke Okay Okay. Nice. Jetzt schluck ich noch eine, weil ich brauche jetzt so... Und danach höre ich ihr mal ganz zu. Dann höre ich sie mal, dann höre ich mal an, was sie dann jetzt komplett zu sagen hat. So, jetzt. Oh. Oh, okay. Cool. Ja. Sie gibt dann schon diesen Hint darauf, auf die andere Optionen, die man hat. Labt euch an diesen herrenlosen Seelen. Wir werden Frieden finden. Danke. Okay. Nicht mehr in diesem Run. Ja. Ja, ja, ja. Ich habe es schon verstanden. Ich habe es durchgespielt. Vier wurde mir gesagt. Mir wurde gesagt, es gibt vier Endings. Was bist du und warum willst du zaubern? Wir machen das nicht. Oh, du bist auch eine Schlange. Ja, geil. Das sah ja cool aus. Ich vermute mal, hier gibt es jetzt einfach noch ein bisschen Zeug zu finden. Ach, guck mal. Ah, hey, Leute. Ich habe euch vermisst. Nichts. Ah. Vorrichtung bewegt sich doch. Viele von euch wissen jetzt, was kommt. Für diejenigen, die es nicht wissen, bleibt ruhig dran. Gleich geht es weiter. Aber YouTube. Danke schön fürs Einschalten. Ein bisschen Content in Dark Souls 3 gibt es noch. Und der wird nach und nach auch auf YouTube erscheinen. Schön, dass ihr alle am Start seid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich rausge. Untertitel für meinen Beitrag. Also, ich habe Esther... facht Jun.